Capcom presents Marvel Comics Spidermans erste Fighting Game in einem Capcom Spiel ist, dann beziehe ich das darauf, wie sein Movement ist und das ist sehr reduziert gegenüber zu den anderen, also reduziert er zu den anderen, weil er hat nur ein Special und das ist sein Maximum Spider und er ist ziemlich simpel gehalten, dafür kann er aber trotzdem ziemlich gut reinhauen. Seine Agilität ist seine größte Stärke tatsächlich und ja, es ist relativ schwer, sein Gameplan, er hat zum Beispiel einen Command Grab, den er sowohl vertikal als auch horizontal machen kann und auch auf dem Boden geradeaus, das kann er sogar comboen, das ist schon wirklich interessant. Guter Anfang für Spider-Man, Spider-Man wird daher denke ich mal neue Sachen bekommen. Ich habe ihn auch ab und zu mal gespielt damals in Marvel vs. Capcom 2 definitiv und ja, daher würde ich sagen viel Spaß mit dem Arcade Run zu unserer freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft in Marvel Super Heroes. Ja, dann würde ich sagen, ich bin die Kay, das Game Stage 5 und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder zum letzten Arcade Run in Marvel Super Heroes mit I am Iron Man! Final Super Heroes! Das war's. 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 Das war's.